Ähm, das müsste die Allianz Arena gewesen sein. Nein, die Bayern-Arena. Das Schönste. Wo habe ich gespielt? Bayern-Arena. Der Bernabéu von Madrid. Komm jetzt. Boah, die Bayern-Arena. Der Vélodrome. Der Vélodrome in Marseille. Das ist der beste Stadion, wo ich in gespielt habe. Denn dieses Stadion ist unglaublich. Es hat so großartig. Es hat verrückt. Und es war wirklich sehr gut. Der AC Milan-Stadion. Was ist der Name der AC Milan-Stadion? Was... Es ist bekannt. Aber ja. Inter Milan und AC Milan. Also das ist der Name. Ja gut, ich habe in der Bundesliga noch keine Stadion mit Fans erlebt. Daher kann ich nur in der dritten Liga sagen, in Lautern. Vor knapp 50.000 war es schon ganz geil. Ich habe nicht in irgendwelchen Stadion spielen. Oh. Eigentlich habe ich gesehen. Dortmund. Signal Iduna Park. Ja, einfach die Atmosphäre. Wenn das Stadion voll ist. Das ist ein riesen Stadion. Ich glaube das größte in Deutschland. Es ist schon sehr geil da. Kann man ja individuell definieren in Dortmund. Der Juventus. Der Juventus. Der Juventus. Der Juventus. Wembley. Wembley. Der Juventus. Der Juventus. Ich denke Bayerisch Stadion. Das Stadion in Krasnodar war beeindruckend. Weil relativ neu und futuristisch. Ja, nehmen wir das in Krasnodar. Ich würde sagen, jetzt in der Euro. Wir haben in Budapest gegen Holland gespielt. Das war ein sehr schönes Stadion. Und auch Tottenham. Das ist ein schönes Stadion. Ich denke, das ist die Bombonera von Hoca Juni. Das ist ein sehr guter Stadion. Und auch, wir spielen gegen Celtic in Scotland. Und dort ist ein sehr guter Stadion. Und es war, wenn es nicht in Quarantäne. Und wir spielen mit den Unterstützen. Und es war sehr gut. Ich bin hier. Für die Leute. Und für die Struktur. Das müsste die Allianz Arena gewesen sein. Nein, die Bayern Arena. Ja, Atlético Madrid und Wanda. Das sind auch die Stadion, die ich am meisten mag. Sicherlich gibt es mehr. Ich habe sicherlich gute Erinnerungen an Old Trafford. Mit den Fans und allem. Aber das schönste Stadion, ich würde sagen. Es war Wembley für mich. Wembley war sehr, sehr schön. Wenn wir in der FA Cup semi-final waren. Das war das erste Mal für mich. Wembley war sehr. Und es ist noch eine andere Stadion. Es ist nicht ein großer Stadion. Aber es ist Christophali Stadion, wo ich auch gespielt habe. Und die Fans waren auf dem Stadion. Das gab es ein sehr guter Gefühl. Ich würde sagen, Selos Park ist auch ein sehr guter Stadion. Ja. 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 Ja.